Hallo meine lieben Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Immobilien Video hier von der Insel Mallorca und zeige euch heute eine Villa für sage und schreibe 16,5 Millionen Euro. Und wie es da drin aussieht, das seht ihr jetzt. So, der kleine aber feine Unterschied bei einer Besichtigung einer Villa in der Größenordnung für 16,5 Millionen Euro sieht so aus. Das heißt, der Eigentümer gibt natürlich vor, dass man mit Kunden nur eine Besichtigung durchführen kann, wenn man sich diese schönen sexy Überschuhe überzieht. Und jetzt zeige ich euch das Haus. Wir starten mit einem beeindruckenden Empfangsbereich, Entree sozusagen, mit dem absoluten Top-Material. Und da muss man auch sagen, das zieht sich in dieser Villa extrem durch. Also man sieht sehr viele Details, die extrem hochwertig und teuer waren. Wie zum Beispiel die Lampe, die Details im Fußboden. Vom Eingangsbereich geht es dann über in den großzügigen Wohnbereich, wie man schon sieht. Weitläufig das Ganze, hohe Decken, indirekte Beleuchtung, große Fensterfronten mit Meerblick. Und natürlich ist die Immobilie ausgestattet mit einem Kamin, Marmorkamin. Dann haben wir natürlich Fußbodenheizung, Klimaanlage. Die Grundstücksfläche sind 1200 Quadratmeter und das ganze Haus verteilt sich auf insgesamt 650 Quadratmeter Wohnfläche. Hier drüben auch extrem edel. Wir haben eine offene Bar, sehr, sehr edel gestaltet mit der Marmorplatte, mit den Ornamenten im Bereich hier hinten. Eine absolute Luxusküche, die ich hier präsentiere. Natürlich perfekt ausgestattet mit großem Weinkühlschrank. Generell großer Kühlschrank hier von den Top-Markengeräten. Dann haben wir hier einen richtig tollen Ofen von der Firma Wolf mit Gas. Also für Köche und Küchenliebhaber natürlich ein absoluter Traum. Dann präsentiere ich euch das Hauptschlafzimmer, Master Bedroom Suite kann man schon fast sagen. Wir haben nämlich hier drüben so eine Art Lounge. Hier auf der anderen Seite dann ein Schlafbereich, großer Fernseher. Auch hier zwei riesengroße Fensterfronten mit Meerblick. Begehbarer Kleiderschrank, großzügig gestaltet das Ganze. Alle exklusive Holzarbeiten und ich glaube für jede Frau ein Paradies. Mit Sicherheit auch für die neue Eigentümerin. Im Badezimmer des Hauptschlafzimmers wurden natürlich auch wieder die allerbesten Materialien eingesetzt. Hier haben wir auch Marmor, Steinarbeiten bis nach oben hin. Schöne Details im Fußboden. Extrem hochwertige Möbel. Also das sind alles italienische Designermöbel, die dementsprechend von dem aktuellen jetzigen Eigentümer und Verkäufer bestellt wurden. Lampen sind was Besonderes. Und was ich auch schön finde, ist, dass man vom Badezimmer direkt rauskommt auf die Terrasse. Ja, die perfekte Südausrichtung, Südwestausrichtung. Das heißt, man hat eigentlich den gesamten Tag Sonder auf dem Objekt hier, auf den Garten. Und ein herrlicher Meerblick. Ja, 16,5 Millionen Euro ist der aufgerufene Preis dieser Luxusimmobilie hier im Südwesten von Mallorca in Beninat. Warum 16,5 Millionen Euro? Das lässt sich auch ganz einfach erklären. Zum einen war natürlich der Preis, um diese Villa in der Qualität zu bauen, extrem hoch. Man sieht es ja allein schon von den Materialien und von der Größe. Und zum anderen muss man sagen, ist diese Straße hier eine der teuersten und exklusivsten Straßen Spaniens. Und dementsprechend, es gibt keine Grundstücke mehr und dementsprechend ist der Quadratmeterpreis für das Land schon extrem hoch. Deswegen 16,5 Millionen Euro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wer sich jetzt von euch interessiert. Wer euch für diese traumhafte Immobilie interessiert, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben unter info-at-master-remus.com. Viele Grüße von Mallorca und bis bald.